Oh, es gibt einen Trait, also so ein Intro-Video. Oh mein Gott, Bro. Ey, könnt ihr bitte wirklich nicht abfucken. Ich habe das Game schon gespielt, aber vielleicht muss man es noch mal machen. Ich habe Huwe zum Call eingeladen, also einfach schon. Not every day that you get to meet the mighty pirate, Guybrush Threepwood. The legend of Monkey Island. I am one. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? You need this. Things may be very different from the sea of things you know. Bro, hat das Game so viel neuen Content? Hat das so viel, hat das so viel neuen Content? I don't know. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ah, es sieht big aus. Okay, geil. Ich bin sehr gespannt. Text zur Sprache. Yo. Yo, Hugo, was geht ab? Yo, nix bei dir? Hm, ich habe gerade Sea of Thieves gestartet, Bro. Ich glaube, ich muss ein Tutorial Island machen. Oh, Digga. Tutorial noch nicht gemacht? Nee, Stigge hat gerade erst Sea of Thieves runtergeladen, Bro. Jo. Warum das Tutorial dauert ein bisschen? Muss man spielen aber? Ja. No way. Kann man nicht den Config irgendwie ändern? Oh my god. Oh, sorry. Kann man nicht den Config ändern, dass man gespielt hat? Chat, müssen wir Abenteurer machen? Ja, ne? Äh, ich glaube nicht. Also ich muss, ich kann Tutorial spielen anklicken, aber ich muss nicht. Doch, ich glaube schon. Nee, ich muss nicht. Sonst kannst du dich online. Ich kann jetzt einfach Segelfrei auf Wellen machen. Okay, sorry, wusste nicht. Hugo musste spielen, Digga. Die Frauen nehmen nicht zu, dass er schafft, um zu fahren. Ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen einfach Abenteurer machen, ne? Ich mach mal Abenteurer. Ah, warte mal. Sieht aus, als ob du Sea of Thieves zum ersten Mal spielst. Ja, ja, nee, nee. Chat hat recht. Wir müssen, wir müssen, wir müssen ein Intro machen. Tutorial. Ja! Ist das Singleplan? Und jeder sagt wieder, ich lüge. Ja, komm. Junge, er feiert sich jetzt auch bei WM gewonnen. Ja, Digga, ist so. Oh my god. Er feiert sich als hätte er sieben Tage Flugchallenge geschafft. Ja, stimmt. Aber dabei müssen wir nur Tutorials spielen. Wow, Hugo. Mach 10 minutes wide 14 Tage und dann darfst du sagen, was du willst. Ja, mach ich. Okay, darf er dann wirklich komplett alles von dir verlangen? Ja. Er darf machen, was er will. Ich würde dann, also, dann würde ich mal ein Hotel nachtmäßig mit dir verbringen. Ja, mach. Ja, okay. Dürfte er dich fesseln, Hugo? Ja. Und das war ein bisschen zu, das war, das war, das war, das war nicht im Gag drinnen. Ja, 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 ja. Das war eine andere Ebene. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe auch gerade, ich habe heute auch schon den ganzen Morgen auf meiner Startseite auf YouTube so dieses Thumbnail von Reh, wo du so gefesselt auf vier Beinen bist. Bro, es gab eine Stelle da, die war so geil. Was? Bei dem Video. Was war das? 3 FPS Chat! Remy geht mit deinen Leuten. Das ist echt mal sinnvoll. Hattest du richtig gemerkt? Die Stelle ist so krass. Ich war echt strong. Ja man, genauso wie ich zocken. Mach bitte einfach Vollbild. Digga, warum gibt es nur Vollbildschirm? Achso, ja gut, ich dachte, das ist voll mit Fenster. Aber ich dachte, das ist voll mit Fenster, aber what the fuck? Machen wir mal so. Alright. Alright, wie sieht das aus? Sieht mir irgendwie nach 30 FPS aus, der Arsch hier. Hast du? Ich hab das noch krasser in Erinnerung, warte. Ab hier, Digga. Er hat es richtig genossen. Genau so stehe ich mir auch die Fetisch-Partys von Remy. Ready? Warte, 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 warte. Ja, bin ready. Elf Minuten, fünf, okay? Ja. Wir reden dann so echt, Hugo's Kopf so nach oben. Das ist richtig, wie er das richtig zu denken. Ja, nee, ich muss das da besser sein. Achtung, 3, 2, 1, los. Geht in drei Mal Gassi, hast du Lust? Ja. Schau, wo ich nach vorne, Hugo, die Kamera. Aha, die fällen mal, Hugo, die fällen mich alle. Wie war das viel mehr? Bro, wo war das mit dem Fuß auf dem Rücken? Äh, das war was vor. Echt? Ja. Oh, Mann. Wie war ich davor? Ey, Bro, die Audio ist noch schlechter als bei dem Stream von, äh, von VLAN und Trimax, Alter, als ich im Wald war, anyway. Ist das scheiße. Ey, Audio ist richtig schlechter, ey. Wo war das mit dem Fuß? Äh. Chad, würdet ihr bei sowas Faustig anmachen? Ich try mal. Nee. Bro, ich weiß nicht, was ich noch runterstellen soll, Bro. Das Game ist wirklich am Arsch gerade. Buffer aus? Okay, das geht jetzt schon hin. Ich glaub, das geht nicht aus. Doppelt ist das kleinste, das geht. Ohne Worte. Machen wir mal gewöhnlich überall rein, so. Okay, vielleicht ist es maybe die, you know, vielleicht ist es maybe die, ähm, die Tutorial-Insel only. Ja, meine CPU fickt's komplett, Bro. Das ist die CPU, die Hopps ist. Ich kann mal die Aufnahme stoppen. Äh, OBS. Okay, ja, das sollte, das ist ein bisschen angenehmer dann. Oh, ja, oh. 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 Boah. 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 Okay, das ist geiler. Okay, drücke richtig, um die Bananen zu essen. Oh. Ich glaub, die Bananen hat slyly, slyly verkocht, aber egal. Ähm, soll ich... Slyly verkocht, aber egal. Einfach über rechts jungen Fernfahrt. Äh, ja, ja, genau, genau. Ja, genau. Wie ist dein Tutorial jetzt? Ja, Sir. Boah. Wie dauert das lange, Hugo? Ja, ja, 15 Minuten? Warte, warte, kannst du mir zu Backseat-Game geben? Ich mach gerade Krap. Okay. 15 Minuten? Ja, ungefähr, Pipapo. Easy. Also wenn du alles liest, ja, aber du 15 Minuten wird schneller aus. Ja. Nein. Willst du so einen Crap-Stand aufmachen, so Dave-mäßig? Portal-Trailer? Digga, das verkauft. Ich glaub, bei der richtigen Location auf jeden Fall. Was bei dir? So einen Crap-Stand aufmachen. Jack, kann ich hier irgendwie skippen, dass ich den nicht, dass ich den nicht so lange labert? Nein, war Joke. Dass der nicht so lange labert? Geil. Nein? Ja. Ey, ist aber echt nicht ganz gut, mal das so toll, nochmal zu socken. Digga-Nutten, Alter, weg mit dir. Ey, Bro, das sieht aus, als wäre das Game wirklich mit mehr Content bestückt inzwischen. Es gibt ein Tutorial, ein Typ, der labert und so. Ich glaube, dass die echt ein bisschen Shit geendet haben, seitdem ich das letzte Mal gespielt hab. Du bist besser bestückt, okay? Bro, das Game ist so Content jetzt. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin schon wieder auf Klo, Bro. Oh, nice. Ja, gib her, Opa. Die Map, okay, wo ist die Map? Okay, wir haben die Mission jetzt. Ich mach wieder ein bisschen lauter. Aber das ist die, die nicht online ist, oder? Äh, wie ging das nochmal? Musste man die jetzt nicht, konnte man die nicht hier... Ah ja, hier. So. Okay. Da ist das Schiff und dann dazwischen. Okay, es müsste irgendwo hier sein. Doch, ist auch online, okay. Digga, Wilbo, wie kannst du jedes Game mit Notion Wilbo zu allem, was ich spiele, immer irgendeine Meinung? Bro, schneidest du doch mal irgendwann die Videos? What the fuck, Bro? Okay, hier müsste es sein. Easy. Rätselmeister. Oh, ey, Mots, falls ihr Bock habt, wäre übelgeil, wenn ihr Stegi und Hugo einladen könntet in den Squadstream. Wait, das ist das Tutorial, dafür hat Hugo 15 Minuten gebraucht? No, ey. Ah, mein alter Schiff. Let's see if she still hides for secrets. Ey, ich glaube, ich habe mich Squats schon eingeladen, schaut mal. Ey, ich glaube, ich... Stegi, bist du schon fertig? Äh, ich bin noch drin, ich schaufel gerade. Wegen was? Fuck, wie stellt man die aus... äh, wie stellt man die Scheiße wieder hin? Ah, X, okay. Boah, ich habe eine Kniffte jetzt, Chap. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Now you look like a true pirate! There's plenty more to see, so why not stretch your legs and explore. I'll be here when you're ready to leave. Okay, ich spreche mit dem Piratenloid, wenn du fertig bist, in den See zu stechen. Well, now... Ey, Aging hat auch noch mal drei Satz geliefert. Kuss! Dankeschön. Ist es umstimmlich crispier, wenn du auf 1.440 p zockst? Wir können nur trial jetzt, wo wir die andere Einstellung haben. Können wir sagen, ob es jetzt noch ein Stück geiler aussieht für euch? Wahrscheinlich schon. Vielleicht seht ihr auch keinen Unterschied noch schon. Oh, ja? Okay, geil. Bo, wie weit bist du gerade? Ich gebe keinen Schatz ab. Ja, okay, dann bin ich ein Stück weit dran. Okay, aber bist du auch noch ein Tutorial, oder was? Ja, ja, ja. Ich dachte, ich wäre schon fertig. Auf zu neuen Abenteuern. Vielleicht bin ich jetzt auch schon fertig, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich muss ich jetzt auf das Boot touchieren, oder? Ja. Bro, ich finde diese Art Grafik ist so schön bei Sea of Thieves, ne? Das haben die so richtig schön gemacht einfach, Bro. Das ist so richtig, richtiger Vibe hier so rum zu walken. So, drücke F auf dem Pfeiler am Heck des Schiffes. Ah, okay, wir müssen den Mast erstmal aufstellen. Okay. Ist wie Rough von den Graphics. Ja, 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 genau, genau. So, der Mast steht. Nehmen wir Holz aus dem Holzfach unter dem Deck. So. Wo war das nochmal? Hier unten, ne? Ich glaube hier. Holzfass öffnen. Was können wir mit dem Shit nochmal machen? Man konnte das Boot reparieren, glaube ich. Wälder das Holz aus. Okay, und dann? Den Mast reparieren. Ah. Okay, das gibt's früher nicht, Chat, glaube ich. Oh, geil. Okay, das ist ja richtig komplex jetzt. Sick. Doch, gab's? Okay. Dann habe ich mir einfach die nie abschießen lassen, I guess. Äh, passt also gut drauf auf. Okay. Was jetzt? Den Eimer. Ah, jetzt müssen wir unten das Wasser rausschiffen. Okay, easy. Easy. Easy haben wir. Drücke einfach auf das Spiel, um den Anker zu lichten. Wo ist das? Hier oben, ne? Ja, boom. Kevins Schiff immer einfach untergegangen, bevor er es gecheckt hat. Bro, Shit. I forgot my book. Ich glaube, das gab's for real wirklich nicht am Anfang. Ähm. Ah, ja. Boah. Oh, Chat, wir stoßen in den See. Let's go. Vibes. Oh, komm, man kann sich hinsetzen. Boah, das ist voll cool. Boah, das wird voll geil. Wir sind gleich eine Piratencrew, Jungs. Und dann kommt noch Reesmann irgendwann dazu, Bro. Wenn der Bock hat. Übergeil. Ey, FOV ist auf Maximum Chat. Ich kann, wir können echt die Grafik vielleicht ein bisschen hochnehmen noch. Ich mach einfach mal auf empfohlen oder was der da wollte. Machen wir mal legendär. Boah. Ich glaube, so reicht's, oder? Sieht schon ziemlich cool aus. Ach so, warte mal, wir müssen lenken. Wo wollen wir denn hin? Wir haben unseren Kurs. Wo wollen wir denn hin, Bro? Einfach gerade durch? Wahrscheinlich, oder? Weil hier rechts und links sind immer so Sachen, die blocken. Also, mein Games sind halt nicht. Ich muss einfach gerade aus. Captain. Ich war mit dem Schiff. Captain! No Spanier! Ey, wie redet man in-game-chat? Wie war's nochmal? YVV, ja. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Alle anderen Piraten sind verdammte Loser. Boah, es gab auch irgend so ein Riesenvieh in dem Game. Was war denn das? War das so ein Wal, oder so? Oder so ein Hai, oder so was? Irgend so ein Riesending gab's, oder was? So eine... Oh, die Krake! Ja, die Krake war's. True. Aber warum wird's auf einmal so dunkel? Digga, will mein Boot auch mal drehen? Hallo? Oh! Oh! Schau mal den Nuttenberger einmal abfracken. Ey, haben wir hier Munition eigentlich auch irgendwo? Wo war denn das? Wo war denn das? Hier gab's doch auch Munition, meine ich. Da haben wir... Ah, wahrscheinlich später dann. Oben. Oben. Beim Fisch. Wunderbar die Fische wusstest du, dass man so den... Ah, hier. Ist das Ding, das du nach unten legen kann? Ah, das ist das Ding voll, ne? Ah, das ist das Ding voll, ne? Den Mast, meinst du? Ja. Ah, ich hab das Segel, Bro, für fünf Jahre. Aber nein, musst du trotzdem nicht. Ah, ich hab das noch nie gesehen. Ah, ist das echt beim Segelboot immer so, dass man... Ich glaub beim Optim, obwohl doch, doch, doch. Ja, doch. Das ist echt schon nicht mehr so genau. Aber ja, hab ich schon mal gesehen auf jeden Fall. Okay, wäre es nachher bei uns der Typ, der lenkt? Nicht Hugo, oder? Kann ich jeder lenken? Äh... Warum blieb der nicht nach? Ah, jetzt. Äh, doch schon, aber ich glaub wir sollten... Und gerade im Fight sollten wir einen dafür... Ja, aber das kriegen wir dann, glaub ich, dann. Und ich denke, das kriegen wir dann hin, wenn... Äh, wenn ihr merkt, wer gut schießt. Oh, ich glaub, er hat auch... Oh, ich glaub, er hat mehr Probleme da hinten. Yo, GG. Was hast du eigentlich so ein T-Shirt an Kevin? Äh, das ist so ein Trikot. Aber von keiner Mannschaft. Okay. Das ist echt nur so stylemäßig. Warte, Spektase? Bist du so out of konto, dass du meinen streamen da bekommst? Mann, Dick. Oh mein Gott, Bro. Das braucht wieder nichts zu tun. Probe, lass dir aber auch nicht alles gefallen. Du hast jetzt bald Urlaub. Lass dich nicht auf die Palme. Ach so, ja, wo geht's hin, Bro? Wo geht's hin? Äh, ich geh wegen dir nach Barcelona. Warum wegen mir? Er will dem selben Bench ficken. Alter. Okay, soll ich dir Hotel gehen? Oh shit. Das wär Ehre, ja man. Das wär geil. Nein, bei Edelzorg hast du gesagt, was in Loda ist krass. Ja, man. Fährst du alleine? Ja, mit Mutter. Geil. Also, nicht deine Mutter, sondern ich find's cool, dass du mit der fährst. Ach so. Aber auch deine Mutter fährt auch geil. Aber deine Mutter ist auch geil. Wirklich. Ey, ich hab auch zum Horizont, hab ich freigeschalten. Und dann habt ihr das auch? Oh shit. In welchem Hotel warst du? Äh, hab den Namen vergessen, aber ich kann's dir geben. Oh nein, ich hab so ein goofy Bug, glaub ich. Ich glitsche hier gerade raus. Digga, what the fuck? Soll das so sein? I don't know. Ah, das ist die Kamerafahrt jetzt. Ah ja, okay. Ähm, ich kann's dir bei WhatsApp schreiben, wenn du willst. Schreib mal. Ja? Ja, nicht jetzt. Ich hab's nicht spontan raus. Doch, doch, ich kann's spontan raus. Warte. Ich hab jetzt bei Google Maps abgespeichert. Ich kann dir, wenn du willst, meinen Barcelona Ordner schicken. Da sind drei Sachen drin. Da kannst du einmal, wie du richtig bonsig frühstücken gehen kannst. Bonsig Sushi essen. Oh, das ist genau das richtige Schreiben. Äh, da hab ich noch bonsig, äh, spanisch essen gehen kannst. Und das Hotel. Schön. Am Ende wird das sagen, McDonalds ist zwar geil, aber es macht Spaß viel Geld auszugeben, ne? Fährst du mit Tesla hin? Mit deinem 59.000 Euro Tesla? Ey, mein Tesla kommt bald an, ne? Bruder, du sagst schon seit vier Monaten. Nein, nein, nein. Ich hab jetzt auch die Nummer. Ich hab die Nummer jetzt. Okay, Arschloch. Aber nimm trotzdem das Kostüm an, okay? Oder sind wir dir irgendwie zu cheap? Digga, was willst du? Ich hab da nicht mal ne Einladung bekommen. Doch. Oder sind wir irgendwie zu broke, um mit dir zu chillen? Oh mein fucking Gott, Digga. Du, du. Oh, ich schläg gleich, wie viel deine Küche gekostet hat. Ich sag, nein, nein. Ich hab 30.000 Küchen, äh, 30.000 Euro. 30.000 Küchen hat mein Euro gekostet. Okay, ich bin fertig mit Tutorials, Digga. Ähm, du bist auch schlafenbot, ne? Wo ich sag, du? Ja, wo ich sag, du ist mehr verdient als wir beide zusammen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja, sag ich auch. Bro. Der Fortnite hat hier kein Placement. Der Fortnite? Ich hatte kein Placement dieses Jahr. Digga, der Fortnite, wie war über 100? 1.000 Monat. Über 100? 1.000? Nein, über 100. Über 100 Euro. 100 Euro, ja. Crazy für einen TikTok? Ja. Let's go. Stonkers. Kiefer zu bekommen für, ähm, Bart rasieren? Für Gillette? Ich glaube eher dafür. Er nimmt die Firma Bart rasieren. Bart rasieren. Danke an meinen Sponsor Bart rasieren. Fürs Unterstützen des heutigen Streams. Aber das traurige Hugo wird echt das Placement so machen. Das macht dich ja nach wundern, ne? Also es sind auch über 100, würde ich sagen. Boah, krass. Aber hast du nicht gesagt, du musst das sogar draufzahlen da? Ja, ja, ja. Das hat aber auch über 100 Euro, ja. Macher. So, seid ihr fertig jetzt? Äh, ich bin fertig, ja. Du musst einfach geradeaus, du musst einfach geradeaus, Bro. Dann kommt gleich ein anderes Boot, das musst du so fighten und dann können wir. Ähm, Hugo, ich lade dich schon mal ein, ja? Jo. Ähm, haben wir uns schon? Wir müssen uns, glaube ich, einmal enden bei Xbox. Yeah. Wie heißt du da, Bro? Ich bin, Papa, Platte 3767, denke ich, der Gute. Welche Taste ist P, G, Up? Äh, Page Up, Bild hoch. Was ist das für ne Taste? Bild hoch. Dies, äh, zwischen, wenn du von der Enter-Taste zwei nach, äh, drei nach rechts gehst und eins nach oben. Da ist ja so ein Bild und mit so einem Pfeil da oben. Ah, ja, geht nicht. Ja, doch jetzt. Äh, ich heiße jetzt Hugo. Und irgendeine Zahl noch? Ähm, sag ich dir nicht. Okay, dann spielen wir halt ohne dich. Juckt. Okay, ja, das ist deine Entscheidung. Okay, dann Emma's good, Bro. Ciao, ciao. Ciao. Ey, ciao, Hugo, ne? So, hab ihn entfernt. Äh, wann bist du fertig, Stigi? Oh. Ähm, ich fahr, ich versuch das Boot zu finden noch. Ja. Muss ich for real neu adden, warte mal. Ähm. So. Hups. Und jetzt sagt er nur so, und bei der nächsten Edeltour ist auch nicht dabei. Äh, chat, muss ich noch irgendwas machen? Sprich mit den Goldsammeln um eine Seefahrt zu kaufen. Hi, Hugo. Hallo. Jo, was geht? Willst du mit Sea of Thieves spielen? Äh, ne. Okay, wir haben eh keinen Bock auf dich. Und bei der nächsten Edeltour bist du auch nicht dabei, soll ich dir noch sagen. Ach so, ja. Na, juckt aber, ne? Kannst ja dein Tesla den herfahren. Ja. Hahaha. Schwierig, mach das. Ja, Bro. Also, irgendwann kommt der Punkt, da musst du laden und wir fahren dann halt weiter. Ne? Aber ansonsten kannst du das machen. Dann fahren wir ganz komisch, damit du uns nicht findest. Ich guck stream so'n Ding. Dann zeigen wir die Straße halt nicht. Machen wir das Stream aus. Boah, musst du nicht. Digga, ich kann, ich kann nix machen. Was mein Ding mit Schiff fahrt? Solche... Ah, warte. Soll ich hier einfach sowas kaufen? Oder was bin ich von mir? Freunde. Ich kann hier nichts kaufen. Ah, das ist die falsche. Die ist in dem Pub. Ah, okay, okay. Gehört es doch gerade mit zum Tutorial hier. Ah, dann wahrscheinlich die geile Maus hier. Tina, du geile Sau, Alter. Nein, das ist glaube ich auch nicht. Wo zum Fick ist die Gold-Sammlerin? Grünes Zelt. Ist es nicht das, was immer am Strand ist? Hier gibt es doch immer diese eine Frau, die am Strand da immer so shit verkauft. Ah, vielleicht das hier? Das ist die groß? Äh, ich hab Name Disco geschrieben. Okay, ich hätte gleich brauchen. 8137. Digga, er sagt halt for real, ne? Es ist for real der echte. Digga, er liegt einfach Boss. Du bist so ein Wixer. Ihr hättet ja noch playen können. Ja, Digga, aber Kevin ist noch dümmer. Ja. Ich fand aber den Gang, der ist lustiger als das, als das hier zu playen, weißt du? Ich hab's aber so lustig, weil es sich Hugo echt die Mühe gegeben hat, den zu schreiben, weißt du? Ich steh eh um, rechts beim Spiel, wie den Juck's, Digga. Ja, wie den Juck's, Digga. Ich fahr eh bei euch alle um mit meinem neuen Tesla. Ja. Alter, du, du, was hast du nochmal, wie heißt der scheiß nochmal, Audi R8 oder so? Ja, ja, genau, den hab ich. Hä, er hat, das ist ein Leihauto, ne? Nein, er hat, oh, ich sag gleich den Preis. Oh, da, oh mein Gott, keiner kennt. Sag, los, tu es. Okay. Der sag's? Ich fang von hinten an. Okay, kannst du die ganze Zahl überhaupt schreiben? Null. Kannst du die ganze Zahl schreiben? Hattet ihr das überhaupt schon in der Schule? Null. Null. Digga, was machst du gerade, Digga? Hast du einen Schlaganfall? Von hinten nach vorne. Digga. Null. 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 Digga, das ist der langweiligste Leak der Welt. Null. 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 Digga, lad mich mal jetzt ein. Ja, Bro, das ist voll schwer. Wie edit man Leute in diesem Scheiß? Digga, ich check's auch nicht. Ich find die ganze Zeit, ich muss... Ach, Arsch. Ey, add mal Steam. Mach mal Xbox auf, Bro. Ah, warte, ich kann dich jetzt ändern. Wie mach ich Xbox überhaupt auf? Äh, du gibst Xbox ein. Hab dich geerdet, Bro. Hab dich geerdet. So, wie, wie nehm ich jetzt an? Digga, Minecraft für Windows. Der drückt die Enter, Dustin. Stark, guter Gag. Wo, wo ist das? Wo ist das Fass mit Kanonenkugeln? Äh, du musst auf Xbox gehen, und dann kannst du links auf Community gehen, Bro. Wie, ich geh auf Xbox? Och, Digga, Bro, wieder drei Jahre alt. Warte ganz kurz, ich weiß jetzt schon noch. Ich will nix liegen, Digga, ich zeig dir nix. Äh, doch, zeig dir, kannst du nix liegen. Geh auf Xbox. Also mach, also mach... Wo, wo auf Xbox? Mach deine, wenn du deine Windows-Taste gib, XBOX ein. Och, Digga, Windows-Taste ganz kritisch, Bruder. Ah, ach so, dann kommt wieder Hentai-Kamm-Compilation oder so. Dann drück... Oh, was ist da vorhin los? Xbox Game Bar? Ja, ne, ne, äh... Oder ist es die, ich weiß nicht genau, kann sein. Einfach nur Xbox, wenn du das hast. So, ich hab jetzt vier... Ja? Nein! Nein! Nein, ich hab wieder dieser Sound! Nein! Nein! Äh, easy, mach aus. Mach einfach Windows-G. Mach Windows-G. Mach Windows-G. Mach Windows-G. Trust. Windows-G. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Doch, das geht. Windows-G geb ich halt ein, geht nix. Nein, nein, nein. Windows-Taste gleichzeitig drücken. Geht nicht! Okay, dann geh rechts unten auf den, äh, Lautstärke-Mixer. Und mach die Xbox Game Bar auf Null. Dann bist du good to go. Ja, da, da, ja, da, ich, ich kenn das. Das, das macht man dann. Und in, in zehn Minuten wird's halt wieder angemacht. Nein, wird's nicht. Doch, das war bei mir. Nein. Ich hab's jetzt ausgemacht. Okay, sag dir, jetzt komm wieder. Könnt ihr mir was helfen? Komm wieder. Bitte. Du musst Xbox downloaden in Microsoft Store. Stimmt das? Außen, wir haben ein eigenes Gebäude, okay. Ich muss diese Gold-Sammlerin suchen, Bro. Ich find die grad nicht. So ne große Hütte. Wirklich Leute, die da schreiben. Ich möchte euch alle aufspießen und essen. Gibt's hier mal irgendeine scheiß Karte von dem Puff? Du bist so verloren, danke Digga. Ist mir gar nicht aufgefallen. Geh mal nach oben. Geh doch zum Gold-Sammler, danke Digga. Okay, hier ist es nicht. Spricht mit den Gold-Sammlern. Hugo, wo ist denn dieser Gold-Sammler? Ich find den nicht. Manche, wenn ihr vorne links schreibt, in einem verfickten, dreidimensionalen Game, wo ich mich die ganze Zeit im Kreis bewege. Bro. Nicht zu interagieren. Ist es hier drin oder? Ja, nein. Warum muss die Spiel mit Xbox laufen? Connecte einfach mit Steam, Bro. Ist easy. Ihr habt mich doch. Ihr habt mal mit Steam. So, warte, dann kann ich dich doch einfach enden. Jo, hab dich eingeladen. Schau mal, du müsstest ne Invite bekommen haben. Bei Steam? Ne, bei Microsoft. Ich glaub, bei Steam kann ich dich nicht enden. Wir müssen das nur, wir müssen das schon hier drüber machen. Bist du Finner Winner? Ne, Mann. Ich bin einfach nur Powerplatter. Drei, sieben, sechs, sieben. Wer zum Fick ist Finner Winner, Digga. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich eingeladen. Wir werden aber auch mit ihm spielen, zur Not. Genau, andere Seite. Okay. Digga, ne. Dann zock einfach mit Finner Winner, Bro. Und dann machen wir einfach ohne dich. Meint ihr mit anderer Seite da? Oder meint ihr da? Eins oder zwei? Ich würde gerne mit dir spielen. Zwei? Genau. Ey, kurz an die Leute, die drei geschrieben haben. Digga, kannst du mir ein Foto auf Xbox? Wie ist es eigentlich, wenn man so lustig ist? Digga, okay, wie nötig hast du. Kriegt man dann mehr Girls? Nein, meine Damen, dann finde ich ihn. Oh mein Gott. Oder kannst du mir deinen Namen sagen? Ja. Okay, stark. Mein Name? Ja. Papaplatte 3767. Warum liegst du? Wir sind schon Freunde, by the way. Aber nur in-game. Privat will ich nichts mit ihr zu tun haben. Wo habe ich dich ge-edit gerade? Digga, ich sehe gar nichts. Stege, ja! Ja, na klar. Stege kriegt's hin! Okay. Ich kann auch dich adden. Äh, ja easy. Wie heißt du? Papaplatte 3767. Bro, dieser Launcher ist so unfassbar goofy. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Digga, ich habe hier einen Lauch drin. F*** Bro. Hab dich auch ge-edit? Äh, ja. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wo sieht man neue Freunde? Mhm. Frag Hugo? Hugo? Hugo, du hast gerade deine Freunde zur Frage gesehen. Das ist... Was? 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 Digga, dieser Finner-Winner lebt nicht die ganze Zeit ein! Mann! Blockiert! Finner-Finner, hör auf! Ey, Leute! Christian-Rach, wir zocken. Ich will mit dem. Was kann man in Köln machen im Sommer? Ich will mit dem zocken. Ja, mach! Finner-Winner, beste Mann, Digga. Ey, eine Sekunde, Broski. Äh, Stege, schreib mal deinen Namen, dann add ich dich. Denn wenn wir uns beide ge-edit haben, dann müssten wir doch befreundet sein, oder? Ähm... Ja, ich hab dich sogar zu einer Party eingeladen gerade. Ja. Also, ob das vielleicht klappt? Bist du Prime Knight? Nee. Ich glaub eher nicht. Bist du Jerome Black? Alter. Ich glaub auch nicht. Äh... Wie heißt du denn? Heißt du Stegi oder was? Bitte, Stegi, bitte! Ja, Stegi, gleich. Ey, Hugo? Mann, Junge, Hugo, chill mal. Digga. Warte, ich kann nicht. Ich hab dich in eine Party eingeladen, oder, Hugo? Nein. Mann, Digga. Du musst mich zu deiner Crew einladen. Der Bro verliert gleich seinen Verstand, Alter. Also, du hast es in-game, oder was? Ja, in-game, Crew. Ich hab dich eingeladen, Hugo, schau mal, ob du bekommen hast. Papa-Platte! Oh! Oh! Oh mein Gott! Sind wir jetzt... Ja, wir sind jetzt an der Crew. Okay, Hugo, du musst jetzt Stegi einladen. Kriegst du das hin? Dann haben wir's. Du gehst auf Escape, meine Crew, und dann kannst du Crew verwalten machen. Und dann kannst du irgendwo unten auf 1 drücken, oder so. So hab ich das gemacht. Ich hab mal nen Ladescreen. Wahrscheinlich lädst du gerade in meiner Welt. Ah, das geht noch nicht. Ihr braucht noch ein anderes Schiff. Okay. Ey, ich muss kurz diesen Golf-Fritzen finden. Ich bin ganz kurz muted, Männer. Chad, wo ist der jetzt? Bitte helft mal kurz. Ich check's for real nicht. Das ist ehrlich ein bisschen verwirrend. Ey, Hugo, kannst du einen laden? Klappt das? Äh, ich bin bei mir lebt noch. Ich muss nen Ladescreen. Vom Schiff aus rechts bei dem Lidernen. Von Microsoft, Xbox Shit ist so kacke. Vom Schiff aus? Jetzt wo? Geradeaus? So ein Stück links? Oder eher da rechts? Suche ein goldenes Schlüssel-Logo. Okay. Ja, das ist ehrlich scheiße. Wir hätten's vielleicht alle auf Steam kaufen sollen. Digga, habt ihr nicht auf Steam? Nee. Ich hätte das Game halt schon. Ja, ich hab's auf Steam. Zurück. Musst raus. Anderes Schiff. Das ist so verwirrend. Ja, du bist ja auch reich, Hugo. Digga, geh doch auf. Ey, Chad, bitte. Wirklich. Ich hab unfassbar viel Verständnis. Aber wie die Leute schreiben, Junge, oh mein Gott, ist ja blind. Ist ja dumm. Digga. Halt mal die Fresse einfach. Hinter dem lilanen. Ich seh nix lilanen. Hier hinter. Bro, alle Leute sagen was unterschiedliches. Es ist wirklich nicht so easy. Okay, hier ist der Schlüssel. Let's go. Hier ist es wahrscheinlich drinnen. Lass einfach mal Game of Elements spielen, Digga. Let's go, wir haben ihn. Alright, dann kaufe ich jetzt dieses hier, ne? So. My fucking god, Digga, lad, bro! Bro, chill. Oh, ich glaub ich hör dich auch in game, oder? Oh, die Crew ist bereits voll. Okay, ich muss jetzt ne Seefahrt vorschlagen. Müssen wir die zu zweit machen? Du, du musst ein anderes Boot, glaub ich, nehmen. Geht das? Ich schau mal ganz kurz, eine Sekunde. Digga, Hugo, ey. Hast du heute schon mehr als vier Stunden gestreamt, oder was ist los? Digga, ich hab die letzten zwei Tage zehn Stunden gestreamt. Was? Merkt man. Oh. Warum bist du so, warum bist du so, so... Ja, ist ne Spaß. Digga, ich hör dich zweimal bitte auszureden. Achso, sag doch, da müte ich. Digga, wie er nichts sagt. Digga, du bist immer noch... Bro, du kannst einfach auf das Cape gehen und meine Stimme muten. Digga, ich kann gar nichts, weil ich seit einer halben Stunde im Live-Skripp bin! Achso, das ist witzig. Jo, Hugo, was geht ab? Hallo, 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 hallo. Hahaha, ich find da nur nen Kopf drin. Hahaha. Digga. Okay, ich geh mal raus und mach ne neue Lobby, ja? Ich muss dich gleich nochmal neu einladen. Ich bin drin! Ja, war ich rausgegangen? Mein... hä? Doch, Hugo, du bist zu spät. Man kann anscheinend im Menü, kann man anscheinend ein neues Boot picken. Ich krieg dich schon an? Äh... Ah, ja, ja, perfekt. Ähm... Machst du? Dann mach ich ein 2 bis... Chat, wenn wir eine Galleone nehmen oder ein 2-Master. Das eine ist ein 4-er-Boot, das andere ist ein 2-3-er-Boot. 2-3-er. Ja, ne, hätte ich auch gesagt. 2-3-er oder aber wenn Reese dazu kommt noch irgendwann, ne? Ja, aber das können wir dann immer noch switchen. Wir können auch jedes Mal switchen, right? Achso, okay. Ich glaub schon. Mir leckt das Game. Ein bisschen leckt bei dir das Game. Eine Galleone ist zu schwer für euch. Okay, check. Ey, Männer, ich lade euch jetzt ein, wir können jetzt anfangen. Ja. Also, Hugo, du kriegst einen Inwall von mir. Jetzt. Boom. Kann ich das überhaupt, wenn ich in gewinnen bin? Nee, geh mal ins Menü. Und dann starten wir zusammen. Alle rein. Ich geh ganz kurz einmal auf Klo. Mach's schnell den Kacki. Pogas, es ist abgifts. und dann starten wir auf Klo. Pogas, auf Klo. Okay, jetzt. Dann spinnen wir dazu. Dann spinnen wir mal nachklara. Dann kann es mit der Bindung, die Bindung beurteilen. Dann ein paar Mal nachklaun, das wird hier mit der Bindung. Dann wird in der Bindung. Dann können wir das ein, da sind die Bindung. Dann kann es wachsen. Und sonst so, wie war euer Tag? Ähm, ganz gut, oder? Mhm. Ja, bei mir, na, du weißt ja, jeder Tag wird schlimmer und schlimmer. Ja, ja, bei mir doch auch. Bei jedem. Ey, Arschloch, schau mal. Ähm, ja, wenn ich, wenn Finna mal aufhören würde, mir die ganze Zeit Einlautung zu schicken, könnte ich das machen. Mann, Bruder, kickt ihn doch einfach. Wie kickt den? Ich kann nix machen. Oh mein Gott, ich bin drin. Okay, du müsstest jetzt einmal, äh, du müsstest einmal stehen gehen dann. Das hat er noch nie gemacht. Ich bin gerade wirklich eins vor Verhungern schon wieder. Alter. Oh mein fucking Gott. Wie lade ich jemanden ein? Nein, Bro, ich join dir nach, entspann dich. Ich kann doch gar nicht. Hier stehe ich, ich hab dich. Nein, ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh mein Gott, ich bin doch schon im Nachscheinen. Hier ist wahrscheinlich, weil ich krieg's jetzt deswegen. Ich hab das Ding ab. Hi. Hallo. Was geht ab, Mann? Ich hab dich mit Geschmelzkäsebrote geballert. Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Let's go. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ich fasse es nicht. Ey, Hugo, lässt du denn das Street dann reißen? Ja, ne? Ne. Sondern? Ähm. Vertretungs-Streams? Oh nein. Die Basti-GAG-Strap. Willst du auch einen machen? Auf gar keinen Fall, Bruder. Okay. Ey, aber Kevin, hör zu. Wenn du an dem Tag an dem Street streamst, wenn du am meisten Subs verkaufst, dann bekommst du. Dann bekommst du 100 Subs. Einer, Einer, Einer. Wenn was? Wie kann ich denn immer noch einladen bekommen, bevor ich in der Lobby bin? Hugo, geh in die Xbox App und mute alles. Benachrichtigungen. Wie macht man das, ey? Wie kann ich euch muten? Escape, Escape, meine Crew. Und dann geht's auf unsere Namen. Sprachchat muten. Nee. Aber Ingame ist... Nein, 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 nein. Das ist nicht cool. Das ist Arsch. Du bist Arsch. Oder ist hier Approximity-Chat? Nee, ne? Also euch alle... euch beide bei... Tu mich lieblich dumm schalten machen. Hm, hab ich gemacht, ja. Okay, Chat sagt Ingame ist besser, dann. Wir können doch Ingame machen, wenn ihr wollt. Habt ihr mich gehört, aber... Nee, grad nicht. Schau dann. Wie stell ich mein Mikro ein? Wo bist du überhaupt, Hugo? Ach, der Henk, der Lachslacken bist du. Ich geh' los. Geh' an Bord an deines Schiffes, um die Seefahrt vorzuschlagen, die du gekauft hast. Und geh' mir da auf zum Boot. Abfahrt. Arrrr, wir stechen in den See. Arrrr. Arrrr, Hugo! Hugo, komm, wir stechen in den See. So, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, hier macht man das, oder? Tschüss, ich fahr' ohne euch. Jo, Boss. Äh, ich schick' mir auf dem Boot vor, ne? Da sind wir alle ins Wasser gefallen. Ja, wir sind alle daneben gefallen. Wir sind die schlechtesten Piloten ever. Äh, Piraten meine ich. Pilots, Pilots. Okay, komm mal runter, ihr Arschlöcher. Nach hinten durch. Segel setzen! Nein, zuerst plan, zuerst plan. Wo ist dieser Tisch, wo wir planen können? Ah, hier. Hier, hier wollte ich hin. Männer, komm mal ran. Ja. Ey, ich würde das hier vorschlagen. Wie haltet ihr das? Auf der Suche nach glitzernem Gold. Wenn ihr das gut fühlt, dann stimmt mal dafür ab. Was? Du müsst dafür abstimmen. Was denn? Wie stimmen wir dafür ab? Ich weiß es nicht. Ich hab' abgestimmt dafür, klaro. Was müssen wir drücken? Stimme für die Seeball ab. Stimme für die ab. Ah, hier. Hier, links. Gib deine Stimme ab. Ja. Alright, ladies and gentlemen. Unsere erste Aufgabe. Oh, wir haben einen Plan. Wir haben... Warte mal, Chat zeigt, das ist das Falsche. Was haben wir jetzt gemacht? Oh. Oh, ich hab' pvp angemacht, Leute. Hahaha. Aber egal. Hä? Hey, pvp ist doch geil. Wir wollen das doch, oder nicht? Ja, ist doch perfekt. Ey, ihr müsst mal hierfür abstimmen, ihr fetten Arschlöcher. Auf diese Rolle und F drücken. Ab. Für Abbruch der Fahrt stimmen? Ja. Hä? Nein! Ab. Stimme für eine Seeball eines anderen Piraten ab. Digga, Steck, warum bist du so... Warum bist du nackt, Hugo? Digga, ich bin ein Macher, ich zeig mein Sixpack. Du hast gar eins. Was sollst du zu mir sagen gerade? Ja, du bist so... Ja, was? Ja, sag's. Ja, sag's. Komm, sag's, Hugo. Du bist ein bisschen dicker. Ja, und? Was ist daran schlimm? Digga, hast du mich... Was ist daran schlimm? Nee, ich frag nur, warum? Gut, du hast die ganze Zeit über Fabo gelacht und jetzt über mich? Was laberst du? Was? Ey, no, der sieht aber wirklich aus wie Fabo, ne? Oh, warte mal, das ist ne Frau, das ist ne Frau, sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 my man. Nee, alles offended, was ging, bro. Er hat Sniper geredet, woher das? Digga, sorry, Hugo Faceclan. Machst du gleich ein paar Trickshots. Ich hab keine Munition mehr. Ja, du musst hier in Munitionsküste. Ey, ist unser Auftrag jetzt drinnen, ja, ne? Ich mach mal ne... Ich mach mal die rote Flagge rein, dann sehen uns andere. Ja. Okay. Ey Männer, komm mal zur Karte, komm mal zur Karte. Der klettert hoch gerade, aber okay. Das hier suchen wir. Stigi, deine Aufgabe ist jetzt das zu finden. Okay. Da müssen wir hin, ja. Das ist so... Oh mein Gott, das war so fucking laus. Nein, Junge, Digga, wir stehen noch fest. Hier kann doch niemand sein, du Arschloch. Was ist los? Digga, ich bin runtergefallen. Deswegen musst du dich meine Ohren wegsprengen, Junge. Der ist so laut. Der ist echt laut. Der ist war krank. Willst du noch was sagen, wie das aussieht? Ja, ich halt's dir. Wie komm ich nochmal raus hier? Äh... Escape maybe? F? Ah ja, F. Jeder sieht uns jetzt. Nicht schlimm. Okay. Ihr müsst die Flagge noch hoch machen, mein Goldsammler, wofür? Ich hab's zwar geschlucht gemacht, aber das ist gut. Anker Lüchtern! Wir wissen noch nicht, wohin. Oder wir wissen noch nicht, wo wir hinfahren, Junge. Bist du dumm? Ja, und... Dahin, wo die mehr uns treiben. Boah, Gänsehaut. Boah, Alter. Oh, hier ist ein Geist. Hier ist ein Geist, unsere Lampe leuchtet. Ah, Alter. Ich hab' den Verstand verloren. Ah! Wir fahren! Mann, Junge, wir wissen noch nicht, wohin du Vollidiot. Wo die Berge uns hinführen! Mann, Bruder, das macht keinen Sinn. Doch. Kann man sein D-Mail erschießen? Oh mein Gott. Wir müssen das One Piece finden. Junge One Piece, mein Arschloch, Bro. Ey! Boah, Alter! Hier, Bro, das lassest du mir. Ich glaub, wir finden das hier nicht so. Soll ich mal suchen? Digga, was markierst du? Du markierst richtig viel, da Stigi. Echt? Ja, lass mich mal ran, Arschloch. Ich hab's! Ich hab's! Ey, wir müssen nach Osten, Bro. Wir müssen nach Osten. Okay. Okay. Auf die Rapier K oder so heißen. Äh, Steuerboard, ne? Ja. Digga, das ist ja das Weiß, Digga. Hast du das Schlau? Nein, nein, äh, Steuerboard... Weil da steht das R drinnen über das Recht. Ah, du kennst den Trick. Ah, du kennst den Trick. Sag, Stopp! Noch mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr. Stopp! No, viel mehr, viel mehr, viel mehr, Bruder. Wir müssen durch vier noch. Digga, wir machen U-Turn. Ja, 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 noch mehr, noch mehr, noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Da kommen auch Steine, Hugo. Digga, ich hab dir die falsche Himmelsrichtung gegeben und du fährst trotzdem richtig. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist. Wir sind die beschissensten Piraten überhaupt. Soll ich noch mehr, oder? Ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr ein bisschen. Digga, was, du trollst. Nein, nein, früh, früh. Digga, wir haben U-Turn gemacht. Nein, haben wir nicht. 90 Grad. Jetzt geradeaus! Geradeaus! Okay, geradeaus! Anker nicht an! Stück nach links wieder, Stück nach links wieder. Gibt Gas, gibt Gas, Hugo. Okay, ich guck von oben und schreibe niemand da. Nein, 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 du bist aber am Lenkrad! Oh mein fucking Gott! Warte mal, warten mal! Niemand ist am Lenkrad, was ist das mit Scheißboot? Wur unser Scheiß-Bot, wo sonst unser Scheiß-Bot hin? Bro! Ich guck von oben weg. Bro, ich mach 360. Ich mach 360. What the fuck, du musst hier sein! FACEBOTS! Ja dann geh aus Lenkrad Pro! ich hab so stück nach links gemacht okay wir müssen nur noch ein stück geradeaus oder wir fahren gleich gegen einen stein und du bist du dumm du bist unser scheiß kämpfen noch nicht noch nicht so verarscht da rechts da rechts wir müssen nach rechts wir fahren komplett falsch wir müssen 180 grad drehen was macht hier hinter uns ist die insel wir sind vorbeigefahren dahinten ist die youtube ja 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 youtube ich brauche ein medkit wie geht das oder so sind medkit nicht diese früchte ist früchte aber wie kriegt die unten rausnehmen aus der kiste sagt man stopp wenn ich ja vielmehr noch vielmehr noch ja ich hoffe es schmeckt eines games und weibmann liebs komplett das geht nicht über ich schicke ich noch dass keine spielt weiß ich war alle peinliche lappen sind und auf rosinen reagieren vier stunden da rechts ist diese palmen ich sehe gar nichts weil dieser vorhaken von mir ist meinst du das segel ein stück nach rechts okay ich glaube ich glaube ich bin krass jetzt mit mehr nach rechts noch ne ja warte doch ich muss das ist man muss krass sein dafür achten ab und wo aber wo sie das so haben wir heute einen unfassbar lustigen podcast aufgenommen mit sie dann noch so der war richtig lustig ich glaube wir schreiben wieder die man nicht den titel war sonst wieder keine views aber der ist richtig lustig war eine 10 aus dem folge meine opinion mehrere lachflashes gab heute war ich gut brauche wieder das so lustig man nur du kannst euch anhalten jetzt anker werfen bitte jetzt 3321 jetzt bitte wer 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 macht das ich mach ja perfekt geil was müssen wir jetzt hier machen wir müssen wir sind gerade angekommen what the fuck map less treasure was die auf einen ständer wenn der schiff anlegt nein warum ich nicht ich gucke mir zu morgen erstes model cars die wünsche mir glück und köln kann man nichts machen wie weit weg krass man ich weiß gar nicht wenn wir noch ankommen die tour zu einem gold sammeln eine beliebigen außenposten ja da müssen wir zurück zur base wo wir herkommen wir fahren jetzt den weg zurück ja ja wie soll ich geht das oh mein gott digga oh shit was er denn könnte eineisa ja 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 Vielen Dank.